Richtung Murek zum Crowdfunding-Video machen. Ein Selfie? Ich mache jetzt ein Video von dir, Manu. Du machst ein Video von mir. Du willst ja gar nicht filmen. Danke jedenfalls, Markus, dass du uns die Kamera brauchst, obwohl wir keine Ahnung haben, was da passiert. Mein Name ist Peter Pickel, ich bin Singer-Songwriter und ich plane, eine neue Single zu machen und dazu ein geiles Video. Und dazu brauche ich deine Unterstützung. Das ist ein Song, den habe ich letztes Jahr bekommen. Das ist ein deutsches Lied. Und der Lee, das ist ein Freund von mir, der hilft mir im Studio, dieses Lied zu produzieren. Ich gehe in Karte. Ja. Ist es gut? Ja. Ja, ich bin Lee, ich bin der Co-Producer für diesen tollen Song. Wir haben zwei. Ich spreche nicht auf Deutsch. Aber es ist wirklich toll. Ich unterstütze mich mit dieser Crowdfunding-Song, denn dieser Tone ist wirklich, wirklich wichtig. Ich glaube, ich selbst. Ja. Das ganze möchte ich über Patreon laufen lassen. Auf der Seite patreon.com slash peterpickel findet ihr verschiedene Pakete von mir. von Konzerten, Album-Downloads, über mit mir Essen gehen, auch meine Rhythmus-Workshops, verschiedene Dinge. Und vielleicht findest du etwas, das dich begeistert und du mich dabei supportest, meine Single und mein Video zu produzieren. Wir rechnen uns nochmal die Hände und fallen ganz von vorne an. Alles kommt und geht zu Ende und fangen wir von vorne an. Und ich freue mich, wenn am Ende alles zusammenkommt und einfach blüht und das wirklich geil ist. Der schaut ja sehr flauschig aus. Damit der Sound die nötige Liebe erhaltet und Zärtlichkeit. Du kannst eine knutschen beim Singen. Ja. 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 Ja.